Raus! 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 Nein! So, wo geht's da lang? Batterie? Nein! Hier ist finster. Hier kann man sich eigentlich verstecken, oder? Können wir das wegschieben? Ah! Nicht so gut! Achso, da sind wir jetzt beim Lift. Okay. Okay. Ja, ich... Da vorne ist auch sowas zum Schieben. Nix! Geh weg! Nein! Der kommt zu uns, ne? Bitte entdeck uns hier nicht. Scheiße, der kommt daher. Ach, er geht weg! Ach, er geht weg! So, jetzt geht er weg. Jetzt geht er wieder um. Okay. Ja, ja. Jetzt ist er weg, jetzt ist er drüben. Da geht's lang. Jetzt sind wir da. Was? Ich höre noch was. Wo ist das? Wo ist er? Oder was ist das? Oder sind das die da? Ich höre es doch. Wo ist das? Was? Da waren doch gerade Schritte, oder? Ich geh da jetzt einfach raus. Ach, ich geh da jetzt einfach raus. Kann ich mich da verstecken? Ja. Eigentlich müsste er ja da vorbeigehen, oder? Oder ist das eine andere Tür? Da. Da steht er jetzt. Und wenn er rüber geht, dann warten wir kurz. Gehen hin. Und jetzt müsste er da drüben irgendwo sein. Da ist er. Ich seh die Glatze. Und wir gehen jetzt da lang. Nee, nee. Ist nicht laut. Wer hört uns? Scheiße! Mach zu! Äh, wohin, wohin? Da rein. Schränke! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Jetzt sei leise! Ich auch. Nicht nur du. Moment. Während der da draußen geht, genehmige ich mir einen Schluck. Moment. Ja. Er schaut in eine Tür rein und dann denkt er, wir sind nicht hier drinnen. Können wir raus? Nein. Ich höre ihn. Was ist das für ein Geräusch? Das würde man mit so irgendeinem Tuch oder sowas hin und her tun. Ich geh jetzt mal raus. Oh, Scheiße! Oh Gott! Und der kommt natürlich genau dann da raus, wenn wir da sind. Nein, hier ist nichts! Hilfe! Hilfe! Scheiße! Oh, Scheiße! Wo war das? Nein, das ist das! Da muss ich rein! Oh, Scheiße! Wir waren da. War das da hinten, ne? Oh, Scheiße! Alter, der sieht uns noch. Nein, ich komm nicht damit vorbei! Ich komm nicht vorbei! Ich komm nicht vorbei! Ich komm nicht vorbei! Puh! Du kannst mich mal! Was soll ich tun, wenn ich nicht an dem vorbei kann? Müssen wir das jetzt noch alles von vorne machen? Ja, wo sind wir jetzt? Toll. Ach, toll. Alles von vorne. So, das da einmal wegschieben. Dann einmal die Tür aufmachen. Ich glaube, das ist besser, dass wir gleich da reinrennen können. Dann kommt der Typ da jetzt da. Jetzt da einmal schnell durchrennen. Jetzt geh ich gleich hierher. Nein! Nein, nein, nein! Ganz schlechte Idee! Jetzt warte ich wieder, bis der da ist. Jetzt geht's wenigstens zum Schnelldurchlauf. Da ist er. Da war er. Ich tue jetzt die Kamera weg. Da ist seine Glatze. Und wir schieben jetzt schnell. Wir schieben! Da ist er. Scheiße. Nicht schon wieder. Mach zu! Okay, da rein. Da rein. Ich glaube, das war schon wieder ein Fehler. Mist. Ich weiß aber nicht, wo wir hin sollen. Und ich kann auch nicht ordentlich abspeichern. Das ist der Scheiß. Ich nehme den Finger weg von ihm, sonst bin ich am Arsch. Ich sollte ihn erst einmal verletzen. Empfängerfeder. Alter, vielleicht hört ja mein Hund, aber der träumt gerade irgendwas. Und battelt jetzt so. Der könnte da rein sein. Da ist die Lander. Hilfe! So jetzt nicht nach unten rennen! Da rein rennen wir auch blöd. Okay, ich hoffe ich verlaufen mich zu bis nicht und bleibt irgendwo hängen. okay wir sind in sicherheit von wo kommt er jetzt ja wo ist er jetzt ich schätze mal der kommt daher jetzt nehme ich dann bald eine stunde auf in drei minuten circa in zwei minuten zwei minuten 15 sekunden 10 sekunden wo ist der moment wieder ordentlich hinsetzen ach du scheiße wo ist er es jetzt gar nichts angst wo ist er alter lass das immer diese ketten dieses komische geräusch da von denen glaube ich darf das noch sechs batterien haben wir also fünf in reserve und einer macht drinnen und er kann nicht überall sein jetzt ich gehe da jetzt mal raus das ist mir zu blöd wahrscheinlich sind wir gerade gleich am Arsch oder so wahrscheinlich ist er da jetzt da das könnte ich mir gut vorstellen ach jetzt leck mich doch verarschen kann ich mich selber auch so wieder den weg da lang da rüber und verloren hat er uns und da runter was er redet da war er gerade da ist er da ist er da geht er da geht er was macht er er schaut an die betten nein geh weg denn ok Vielen Dank.